Sie haben nichts Unrechtes getan. Eigentlich nur noch Kinder Berlin verteidigt haben. Wie er dazu kommt, das dann auch noch zu machen, das war so ein Knackpunkt. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Aussichtslosen Punkt, das hat er durchaus mitgemacht, bis er sich dann... Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Ein Schüler hat drei Jahre Russisch gehabt, aber das ist 30 Jahre her und da ist wenig hängen geblieben. Wir sprechen ein andermal darüber. Was ist der Punkt im Kopf, dass in so aussichtsloser Lage noch verhandelt wird mit den Russen, ob die vielleicht gegen die Amerikaner zusammengehen? Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Das wird sich so schnell nicht ändern, aber... Jetzt suchen Sie ihn! Ich will Fegeler nicht sehen! Sofort! Und einfach aus Machtinteressen Kriege zu führen. Wenn er sich ohne Befehle entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Im Endeffekt ja überhaupt nicht stimmt. Verrat! Bringen Sie mir Fegeler ein! 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 Fegeler ein!